Hallo Leute, hier ist wieder eure Bella und morgen ist es endlich soweit. Morgen kommen die zwei neuen magischen Winterpferde zu uns ins Spiel. Oh mein Gott, ich freue mich. Während ich rede, lasse ich mal im Hintergrund den Trailer dazu laufen. Den Ton lasse ich mal aus und ihr seht schon, ein magisches Shire Horse und ein magischer Lipizzaner. Das sind die zwei Rassen dieses Mal und ihr seht schon, das eine ist ein Eisbär, das andere ist ein Lebkuchen. Der Lipizzaner heißt tatsächlich auch Lebkuchen und das Shire Horse heißt Battle oder sowas. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht und ja, das war es auch schon. Also der Trailer ist richtig, richtig, richtig kurz, aber da gibt es halt schon alles zu sehen, was man sehen möchte. Hier seht man schon, guck mal, der hat sogar Eiszappen hier unten, das Shire, mega, mega cool. Und ihr seht ja auch, das soll halt so ein Eisbär, so ein Eissturm, Eiswindpärs darstellen, irgendwie sowas in diese Richtung. Die Farben sind wieder mal sehr schön, auch die Zeichen hier drauf, schön, gefällt mir. Also das Shire Horse gefällt mir sehr gut, auch das hier unten, dass der hier unten so ein paar Eiszappen hat, sieht sehr gut. Auch die Mähne selbst sieht aus wie ein Eiszappen, ne? Also wegen diesen Strähnchen. Also das Shire Horse gefällt mir sehr gut, ich mag die Shire sowieso sehr gerne. Ja, guck mal, wie schön das aussieht, richtig, richtig toll. Also das Shire gefällt mir sehr gut, ist ein schönes Konzept. Ja, und dann haben wir das glatte Gegenteil dazu, einen Lebkuchen muss man mögen oder halt auch nicht. Also ich glaube, bei dem Pferd streiten sich die Geister wirklich sehr. Manche werden es lieben, manche werden es einfach nur hässlich und furchtbar finden. Bei dem Lipizzano muss ich sagen, geteilte Meinung, also ich finde es schon wieder so hässlich, dass ich es schon wieder geil finde. Also irgendwie finde ich das Konzept mega, mega geil. Das Einzige, was mich halt stört, das Lebkuchenpferd sieht so ein bisschen albern aus. Was zu einem Lipizzano nicht so wirklich, weil Lipizzano, das sind ja so eher die eleganten Dressurpferde. Und das Lebkuchen, das sieht halt eher sehr, sehr witzig und chaotisch aus. Was mir auch nicht so gut gefällt, ist diese komische Decke hier an der Seite, ne? Weil wenn man da eine Satteldecke drauf packt, die ein bisschen kleiner ist als diese Musterung hier auf dem Rücken, dann guckt das so ein bisschen durch. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen doof gemacht. Ja, hätten sie anders lösen können, aber das Konzept ist wie gesagt mega cool. Es ist halt ein Lebkuchenhaus, nur halt als Pferd. Ja, also auch von der Seite her, das sieht halt so geil gemacht aus. Auch hier, das hier oben. Falls ihr übrigens euch fragt, was das hier oben sein soll, warum die Mähne so komisch aussieht, das ist halt der Zuckerguss. Weil wenn man ein Lebkuchenhaus macht, ne? Macht man ja auch Zuckerguss oben drauf, mit ein paar Süßigkeiten drauf und das sieht halt wirklich so aus. Also, ja, ich finde das Konzept eigentlich mega geil, aber man muss es mögen. Man muss es halt wirklich mögen. Und der Kontrast zwischen den beiden ist halt wirklich krass. Oh, die kleinen Details hier bei dem Shire Horse. Guck mal. Schön. Also mir gefallen tatsächlich wirklich beide. Ich finde beide Konzepte irgendwie mega cool. Ich weiß auch nicht. So, ja, und in der magischen Form, äh, in der nicht magischen Form, äh, also die Farbe ist schön. Mir gefällt die Farbe sehr, sehr gut. Auch die blauen Augen und das Abzeichnen im Gesicht und an den Beinen. Gefällt mir richtig, richtig gut. Aber eine Stehmähne beim Lipizzaner ist jetzt nicht so meins. Aber gut, das ist ja eine Geschmackssache, ne? Vielleicht findet ihr eine Stehmähne beim Lipizzaner schon wieder schön. Kann ja sein. Und ich seh grad hier hinten, der hat in der nicht magischen Form auch einen zusammengebundenen Schweif. Hm. Stehmähne und kurzer Schweif feiere ich jetzt grad nicht so. Aber wie gesagt, das ist alles eine Geschmackssache. Die Farbe an sich ist auch ganz cute. Und das hier, die Farbe, die hat mich richtig umgehauen. Weil dieses Shire Horse, also in dieser Farbe gibt es ja schon. Aber halt, äh, von der Generation 2. Und ich find das so geil, dass sie die Farbe vom Generation 2 Shire Horse übernommen haben. Ähm, wenn ich ein Bild finde, äh, vom, vom Shire Horse der Generation 2, der die Farbe hat, blende ich euch das hier an dieser Stelle mal ein. Es sieht halt wirklich genauso aus. Das Debe hat die Farbe genauso übernommen. Und ich find das richtig schön. Sieht so cool aus. Also, ja, schwarz-weiße Pferde, schwarz-weiße Fleckenpferde. Und dann auch, oh, nee, nee, ich lieb's. Ich lieb's. Guck mal, wie süß die aussehen. Wie der Lippi guckt. Ich find's schon süß. Ich find's mega gut. Und ich find's cool, dass die beiden, ähm, dass die alle beide so blaue Augen haben, ne? Hier so, so ein grau-blau. Und das Shire hat so ein Eisblau. Schön. Find ich ganz toll. Find ich mega gut. Also, ich feiere diese beiden Pferde wirklich sehr. Und ich werde mir auch beide holen. Ähm. Das Shire kostet übrigens 900 Star-Coins, wenn ich mich nicht irre. Und der Libizana wird dann 950 Star-Coins kosten. Ja, korrigiert mich in den Kommentaren, falls ich wieder irgendwas Falsches erzähle. Ja, hier, hier seht ihr nochmal. Ach nee. Hä? Der hat keinen zusammengebundenen Schweif. Warte mal hier hinten. Hä? Warte mal. Warte mal. Ach nein, hat er doch nicht. Hä? Das sagt grad so. Ach nein, weil der seinen Schwanz bewegt hat. Oh, ich bin aber auch bescheuert, ne? Gut, ich nehme alles wieder zurück. Der Libi hat keinen zusammengebundenen Schweif. Der hat einen langen Schweif. Gut, mein Fehler. Ups. Ja, aber schön. Ach, die sind beide. Ach, die sind beides. Die sind beide süß. Ja, und natürlich die passenden Haustiere zu den Pferden, ne? Pinguin passt zum Scheier. Oh, der hat hier so ein Eisschmetterling drauf. Wie cute. Und, äh, ein Lebkuchengnom. Ein Knuspergnom. Knusperpferd und Knuspergnom. Finde ich gut. Ja, das sind die beiden Haustiere. Kosten beide 350 Starcoins jeweils. Ja. Ja, äh, Haustiere werde ich mir höchstwahrscheinlich nicht dazu holen. Aber die Pferde auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, ähm, was sagt ihr zu diesen beiden? Holt ihr euch eins? Holt ihr euch keins? Findet ihr die beiden schön? Findet ihr alle beide schön? Findet ihr nur eins schön? Schreibt es bitte in die Kommentare. Ich bin neugierig. Und ja, morgen ist es, wie gesagt, soweit. Morgen kommen sie ins Winterdorf. Plus neue Klamotten. Plus noch eine kleine Mini-Quest. Oder eine kleine neue Aufgabe. Tägliche Aufgabe. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall kommen morgen die Pferde rein. Die Haustiere. Neue passende Outfits dazu. Und noch irgendeine kleine Mini-Aufgabe. Ich freue mich auf jeden Fall auf morgen. Und ja, das war es auch schon von mir, vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream wiederhören oder wiedersehen werden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder wunderschönen Abend. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank.